Was ist nun im Keller? Was ist immer noch? Was ist mit dem Keller? Frau, ist eine Frau im Keller? 70 70 70 sind im Keller Jetzt blickt der Alarm 100 80 80 80 80 80 Sind ja alle zu weit weg, ne? Bist du noch da? Oder stell dir jetzt fest, dass ich stampfe? Na, muss halt noch sein. So, jetzt kommt es noch da. So, jetzt kommt es noch da. 8, 2, 7, 6 78 8, 8, 8 Siehst du gestört, he? Gell? Kannst du kaum erkennen. 8, 9, 9, 10 Vater 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 Mein Vater Frei Wie ist denn dein Name? Aufgehört das Aufgehört das Aufgehört was Erste Erste Ist O-O-O-O-O-O O-O-O-O O-O-O-O Gah! Duh! Seit 39 Tagen rauche ich nicht mehr. Ist es für euch ein Problem, dass ich seit 39 Tagen nicht mehr rauche? Hatte was? Hm? Ihr hattet ein Problem damit, dass ich aufgehört zu rauchen habe. Also ich rauche jetzt schon seit 39 Tagen nicht mehr. Hm? Und so geht es mittlerweile auf Sabon. Habt ihr ein Problem damit? Ja, ich weiß, ihr findet nichts für Tabak. Bist du noch da? Oder bürst du schon wieder weg? Psst. Da. Ich werde wohl mit auskommen. Da. 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 Ja. Ist noch jemand da? Ja. Hat noch jemand Lust, sich mit uns zu unterhalten? Wenn ja, hat er jetzt eine Möglichkeit noch. Wenn nicht. Wenn nicht. Mal ein Verschluss. Schauen. Genau. Schauen. erst mal guten morgen mein name ist silvia das ist guido und wie ist dein name und Untertitelung des ZDF, 2020